Und willkommen zu hausend von den Spaß mit Matze und heute gibt es eine Runde mit den Cheda. 450 Space. Und ich muss sagen, der Cheda ist eigentlich schon ein bisschen OP. Wir schätzen das als 4.5 schon. Echt gut. Ist jetzt nicht, ja gut. Ist jetzt nicht komplett übertrieben, aber ich weiß auf jeden Fall, zu den Besten mit. Von den Generals. Versteht er. Ich weiß gar nicht, hast du schon mal ein Video irgendwie gehabt? Könnte nicht sein. Den Cheda kennen ihn auf jeden Fall, Mann. Er hat so ein Wasteblock angemalt. Ich weiß nicht, ist nur so lustig. Könnte es eine gute Farbe geben. Okay. Dann starten wir mal diese Colony-Map. Das Innenraum. Ich darf doch bitte den Dark-Kampf. Ich meine, ich bin jetzt nicht nur Dark-Kampf-Suit, ich bin auch so ein bisschen auf Router, aber also zu C fliegen. Ich nehme gerne C ein. Die verliert man nicht so schnell. Gibt aber auch Matches, da braucht man die Flagge nicht allzu sehr. Da fehlt mir eh wer richtig. Meist nimmt er auch gerne einen, aber heute wohl nicht. Okay. Dann müssen wir uns nicht mehr jetzt aber helfen. Kann ich noch eine Flagge einnehmen? Ja, die Gegner haben wir einfach noch eingenommen, ne? Ah, gut getroffen. Ich glaube, es ist eine Hand, die Granaten braucht man alles hier treffen. Hier ein Stack. Ja, vorbei. Nüchtiger ist er auch gar nicht so schwach. Ich weiß nicht, wie wir ihn stacken können. Beim... Cheat erkennen können sie es, glaube ich, nicht. Ah, verdammt. Ich hab' nur den getroffen. Und jetzt gern den einmal getroffen. Ich glaube, ich würde auf den Zeichner ziehen. Den Ero. Irgendwie die Silber ist. Natürlich, ich treffe ich den mit einer Neuver, oder? Ach, das war... Sonst wohin? Bist du Hed-Wolken raus? Ich meine, da kann er mit 20 Streffer ausdecken. Das ist gar nicht so verkehrt. Bei mir sind wir ein 50er Hed-Wolken. Da gibt es auch größere, die... ...Schmutzen. Ah, schön umgeworfen. Schön, diese Hüftklinge rein. Außer Silberhäuser ist tot. Ich will jetzt mal den kaputt. Vielleicht. Ach, letzten Schuss reingegeben. Wunderbar. Lass uns den abstauben. So, ein Gegner lebt noch. Den kriegen wir. Der spielt auf Zeit. Ach, der Support. Ja, gut, der kann er nicht viel machen. So, den wäre. Mh... Da... Gell, gut, Schutzer, Süßern. Hält einiges aus. Nur merkt. Außerhalb der hochsher groß. Alles am Nachladen. Einfach die Hed-Wolken raus. Ich glaube, der letzte Treffer fähig gestackt war, war der andere Schuss. Irgendein Mädchen ist tot. Ah, Waffen breit. Es ist gar schlimm. Äh, hier hat er... Wie heißt er? Mein Willi. Gell gut. Ich kann einfach alles reinlassen. Ich habe ihn auch nicht aufgehalten. Das ist das Schlimmere daran. Dann schießt... Er ist schweig vorbei. Okay, den Hed-Warn. Da kommen nochmal zwei. Ich hätte aber den Glück, sie mich zu ignorieren irgendwie. Ah, nein. Der Stützer. Mit der Dumpfau ist. Der Dumpfau ist. Ah. Oh, der Mäd. Wunderbar. Gibt da die Schussleins. Da kann man stacken und verhauen. Der ist nicht mal getroffen. Als ob. Ja, aber okay, das weg. Das wird danken. Das war wunderbar. Gut mitgemacht. Machen wir so fort. Dagegen. Shame ist ja das sein. Okay, ich habe ja gar nicht zu stacken, was schlecht ist. Ah, jetzt halt. Naja. Oh, ich habe gehofft, die mir die Schlange zu treffen. Ich hätte die Dauern nicht machen sollen. Oh, ich war mir sicher, ob ich treffe. Alle vier dagegen getroffen. Wunderbar. Wenn es immer so laufen würde. Ah, schön. Ich hätte den anderen Lied machen sollen. Hab den Schild getroffen. Nein, ich habe die Mäde getroffen. Okay, einfach ins Blaue schießen. Einfach geraucht. Ja, das war's. Ich war in vier Minuten der ersten Tod. Halbe Schlacht überlebt. War ziemlich gut, würde ich sagen. Konfi machen. Durchgehen, dann irgendwas tun. Okay, es war noch eine Mäde tot. Also wenn wir so weitermachen, gehen wir uns das Haus hoch. Aber danach kann man verlieren. 2000 Punkte kann man aufholen. Boah, ich sehe ja nicht mal 2000 genau. Das ist ja quasi 100. Okay, der eine Seite ist fast tot. Der Hälsch wird schon bedeckt. Einfach die Hüftpaketen. Immer raus damit. Wenn ich in der Richtung von dem Gegner schießen würde, wäre das hier schon besser. Irgendwohin. Aber okay. Lang gezielt und getroffen. Besser als vorbeischießen. Aha, schöner Treffer. Einfach den Korridor schließen. Ach, da kommt keiner raus. Nein, den getroffen. Der ist halt schnell unterwegs. Ja, wunderbar. So, der Mäde. So, der Mäde. Selber raus und reinhauen. Hätte ich auch einen zweiten Schlag machen können. Ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Na, immer nebenan. Jemals so nachgeladen ist. Hat man nicht so oft. Aber ist ein gutes Zeichen. Für mich. Das ist ja viel Beitrag. Ja, schön. Umgeworfen. Mal reinhauen. Da ist er fast tot. Ah, da spielen auch die Bienenweifel. Da können die Bersuga. Ich mein, der hat ne gute Bersuga. Da könnte man die auch spielen. Die schießt halt wie schnell nämlich. Na, wobei. Okay. Aber ich bin Bersuga. Das ist besser als Bersuga. In der Regel. Mit Bersuga ist der Fisch einfach nicht. Na, da kann man mal wegrollen. Ist gut am Stutzer. Ist er ziemlich groß. Ne, kann man gut treffen. Finde hat keine Rolle mehr. Irgendwie den einen Schaden machen. Dass wir den Fisch einfach tot kriegen. Schnell. So. Ich mein, vielleicht schaffe ich es echt nur mit einem Tod. Ist ja geil. Früher in den Maitingsborn. Wunderbar. Der ist weg. Der hat wohl grau ist. Ah. Zu früh. Einfach an Raketen rausschießen. Das gute ist, dass viele ballistische Waffen. Viele nehmen halt eher hoher... Äh, meinten doch primär erstmal B-Verteidigung rein. Bevor man ballistisch reinnimmt. Ich glaub, bei 415er gibt es noch viele ballistische Waffen. Aber ich mein, dann muss ich halt gut schaden. Bei einigen hier. Wie bei der Wettbewerb. Und jetzt ist die Stubb allgemein auf die Äußerung. Hab's Erkägung ist. Oder der. Tatum. Ah, nein. Wo kommt der her? Ich hab's schon gehabt. Wir haben auch das lieber fertig. Schwierig. Ich hör mich halt gefährlich. Mit der Lanze wurscht dann immer um. Schön weiterleben. Okay, die Dome haben noch geholt. Er will alles reinschießen, was wir da haben. Ist grad alles am Nachladen ist. Ich hab ihn noch getroffen. Ach, das hab ich auch noch abgeschossen. Aber ich mein, zwei Tote müsste ich jetzt haben. Das ist ja wohl mehr als in Ordnung. Der Slavace will den aber auch haben, ne? Ja, das haben wir gewonnen, würde ich sagen. Aber, ja, war nicht so aus. Wollt's nicht knapp. Aber die gehen immer gut dabei, würde ich sagen. So. Ich mein, ich konnte sehr viel machen. Ja, aber 200.000. Ich hab drei Topscores, also ich bin ja locker erster. Lass mich noch mal sagen, darf ich schon 20.000 ab dem Best gegen 78. Bei 450, ja wohl gemerkt. Ja, der Punkt, wo wir Spuren ein bisschen größer sein können. Achso, wir haben ja grad gebraist von den Gegnern. Vielleicht den Dom. Oh, den Silberhuis. Oh, den Gelguk. Na, ich hätte eigentlich eine Supporte machen sollen. Da hat mir immer so geholfen. Okay, zwei Tote, ne? Sechs Abschüsse. Das ist ganz easy, erster. Okay. Level auf Spuren, ich geh. Ich schlaue nicht die Kisten, oder so? Ne, dann sag ich bis zum nächsten Mal. Okay. Okay. Okay.